Hundezusammenführung mit Ben. So, Heike, extra für Heike, das ist der kleine Hund, der so groß ist wie Levy. Ja, andere größer. Sogar fast größer, nur nicht so dicker. Also, Levy ist doch ein bisschen kleiner, wie man sieht. Muri, mach langsam. Und Milan ist gerade mit Pascal unterwegs. Och Gott, der kleine Ben. André, nicht kratzen. Ich weiß, wenn ich diese Kokanäne für alle mache, nicht auf die Uhr raus will.